Die beiden zusammen, also an der Stelle wächst das Ganze in große Kraft. Zusammen, nichts oben, unten, sondern beide zusammen. Eine Melodie. Das letzte, was passiert, eine Linie steigt und die andere geht nach unten. Also das ist wahnsinnig, das eine geht bis oben und das andere nach unten. Also das Ganze wird erfasst, der ganze. Sie merken, die innere Gestik, die heißt ganze Welt. Das müsste unten sein, aber die Geige hat ja bei G Schluss, nicht wahr? Das ist ja da unten. Und am Ende.